Die meisten Menschen geben vor, für sich selbst auch, dass sie glücklich sind. Weil nämlich, wenn man unglücklich ist, dann ist man, im Englischen würde man sagen, eine Failure, dann ist man ein Misserfolg. So muss man also die Maske des Zufriedenseins, des Glücklichseins tragen, denn sonst verliert man den Kredit auf dem Markt. Dann ist man ja kein normaler Mensch, kein tüchtiger Mensch. Aber sie müssen sich doch nur die Menschen ansehen. Braucht man ja nur zu sehen, wie hinter der Maske eine Unruhe, Gereiztheit, Ärger, Depressionen, Schlaflosigkeit, unglücklich sein. Das, was die Franzosen genannt haben, die Malaise liegt. Man hat ja schon am Beginn des Jahrhunderts von der Malaise du Siegel gesprochen. Das, was Freud genannt hat, das Unbehagen in der Kultur. Aber es ist gar nicht das Unbehagen in der Kultur, es ist das Unbehagen in der bürgerlichen Gesellschaft, die den Menschen zum Arbeitstier macht. Und alles, was wichtig ist, die Fähigkeit zu lieben, für sich und für andere da zu sein, zu denken, nicht ein Instrument zu sein für die Wirtschaft, sondern der Zweck alles wirtschaftlichen Geschehens, das macht eben die Menschen so, wie sie sind. Und ich glaube, es ist eine allgemeine Fiktion, die die Menschen miteinander teilen, dass der moderne Mensch glücklich sei. Aber diese Beobachtung, die habe nicht nur ich gemacht, das können Sie also einer ganzen Reihe von Leuten finden. Und man braucht nur selbst die Augen aufzumachen und sich nicht vom Schein trügen zu lassen. Nun, ich glaube, sehr viele Dinge sind heute verdrängt. Und einmal, und vielleicht in erster Linie, unser Missbehagen, um ein freudsches Wort zu gebrauchen, unser Missbehagen in der Kultur, dass wir eigentlich nicht glücklich sind, und zwar nicht glücklich sind, obwohl wir in der Fülle aller Dinge leben. Wie das die Bibel einmal sagt, als die schwerste Anklage gegen die Hebräer. Ihr habt keine Freude gehabt in der Fülle der Dinge. Und ich glaube, für kein Zeitalter hat dieses Wort so eine Bedeutung und Richtigkeit gehabt, als gerade für uns. Wir haben Vergnügen, wir haben Lust, aber wir haben keine Freude. Die Freude ist sehr selten.